Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Wir sind stehen geblieben. Ich glaube in Lavendia. Gucken. Oh ja, genau. Lavendia. Und hier können wir eigentlich direkt weiter zum... Oh, wir können eigentlich direkt den Rivalen machen. Da hätte ich Bock drauf. Was hat der am Anfang wieder? Tauboga? Ich lasse mal dick da vorne und dann gebe ich dem richtig schönen Steinhagel in die Fresse. Hier, Steinhagel. In dein Face. Und sogar schneller. Also Nobu gefällt mir sehr gut. Jo, geil. Damit sich dein Gang gestern zum Supermarkt auch gelohnt hat. Oh, wir können ja zu Raichu diese Folge machen. Ja, diese Folge machen wir Raichu. Geil. Diese Woche... Diese Woche. Diese Folge gibt Raichu. Richtig cool. Ich mache keinen Schaden mit Pikachu. Muss ganz schnell entwickelt werden. Sehr effektiv. Step. Und nur so wenig Schaden. Ja, wäre gut. Ach du Scheiße, was der Anspruch macht. Naja. Ich muss mit dem nächsten... Mit dem nächsten... Mario Kartonier noch ein bisschen warten. Weil es sind alle noch ein bisschen gebrochen vom letzten. Jasmin wollte ihre Cartridge, ihr Spielschirm verbrennen. Wir müssen dann noch ein bisschen warten, bis alle sich ein bisschen beruhigt haben noch. Dann können wir wieder ein Mario Kartonier machen. Und ich muss ehrlich sagen, mir fällt kein Format ein. Ich habe keinen Bock auf Teams. Und ich will, dass es fair ist. Das ist schwierig. Also ich habe ein paar Ideen, aber bin ich böse drum. Was kommt jetzt Kadarver, glaube ich, ne? Habe ich nicht richtig hingeguckt. Intensität 4, was ist das denn? Ja, ja, ich habe einen TikTok-Kanal. Müsste auch unten verlinkt sein in der Infobox. Also Leute auf YouTube, checkt TikTok ab. Ich habe da, glaube ich habe 45 Follower oder so. Also nicht der Rede wert. Aber ich daily upload. Alles zweimal pro Tag upload auf TikTok aktuell. Einmal pro Tag auf Insta. Einmal pro Tag auf YouTube. Also ich fütter die Social Media Kanäle. So ist es nicht. Also sollten wir heute auf jeden Fall vierten Orden schaffen. Das ganze Rocket-Gedöns. Poke-Flirte. Also das Minimum. Und ich hoffe, dass wir auch noch schaffen, bis zum fünften Orden zu kommen. Oh, sechsten Orden könnten wir direkt machen. Und... Ne, sechsten Orden können wir nicht machen. Aber wir können... Doch, könnten wir machen. Müssen wir nur direkt Rocket nochmal machen. Oh, das wird schwierig. Aber spannend. Gucken, ob ich das schaffe. Novo geht ab. So, den Münzkopf gibt es hier oben bei dem. Der ist richtig sauer. Er hat alles seine Ersparnisse verballert. Ist pleite. Hat richtig Schulden. Und gibt uns jetzt den Münzkopf weiter. Damit wir die Schulden machen können. Mutterkuchen. Sagt mir auch nichts. Ja, lange. Erklär mal. Du alter Gynäkologe. Erklär mal. Ach, wieso Stachelspore? Ich glaube, ich würde das Baby ernähren. Dinge, die ich nie hätte wissen müssen. Boah, wie... Wie kriege ich die Bilder wieder aus dem Kopf? Boah. Stinkt dann voll. Bist du schon eine Woche lang? Was? Das ist doch gelogen. Wer macht denn sowas? Bis es abfüllt? Was? Warte. Nein, nein. Erklär es mir gar nicht. Ich will es gar nicht wissen. Bis es abfällt. Ich glaube auch Skorpel. Ich bin auch zu jung dafür. Aber für solches Knowledge bin ich zu jung. Wenn er super... Love it. Das war's. Das ist der Arenaleiter und dann kommen hier solche Themen, die armen Leute auf YouTube. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, ihr werdet jetzt Albträume haben, aber ich kann nix dafür. Flammenwurf. Yay. Na, wer weiß, wer weiß. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Und jetzt wird hier Pikachu entwickelt. Komm ran, Pikachu. Du wirst jetzt endlich mal stark. Zack. Leo. Na, Skoppel, ich hab auch Albträume. Raichu. Sei stark. 51 Spezialangriff. Das ist ja echt. Okay, da hat er zehn Level weniger. Na, jetzt könntest du langsam abgehen. Level, ich mach erstmal Glurak, dann leveln wir ein bisschen Raichu. Oh oh. Oh oh. Jetzt kommt die super Entwicklung. Mega Glurak X. Wow, Glurak ist schon, sieht schon cool aus. Oh, ne sechs, Nobu. Und dann haut er ne neun raus. Hm. Das verrate ich nicht. Das macht bestimmt richtig Spaß zuzuschauen dann Lea. Fertig geplant, nein Quatsch, Aua, so Skoppel aufpassen, jetzt lernst du was. Und auch wie die beiden geschrieben werden, da kommt Kickly. Du bist ein Zerfetzer Lara. Bam! So, weggefetzt, One-Hit. Zerfetzt! Oh, fast One-Hit. So, welchen sollen wir jetzt nehmen hier? Du magst Nocchan mehr? Krass. Ich weiß nicht was links und rechts ist, obwohl doch ich glaube links ist Kickly. Ich weiß nicht, Kickly. Ich weiß nicht, Kickly. Ey, erst zurückgestreckt, dann paralysiert. Ich hasse Pokémon, Mann. Das ist doch scheiße. Egal, Nobu, stirb. Stirb einfach. Mach der Kreideschein, das muss man auch nicht verstehen. Ach, hör auf, bitte! Ach, hör auf! Oh, dringend ein Wasser-Pokémon. Ein starkes Wasser-Pokémon. Und ich sehe übrigens immer so aus, als würde ich gleich schlafen. Das ist bei mir ja normal. Das ist mein normales Face. Okay, ich denke den Arena-Leiter machen wir im nächsten Stream bzw. im nächsten Video. Also Leute, liked das Video, folgt dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Dann kommt rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.